Ich baue meinen Weg weiter. Ich bin jetzt zufrieden. Jetzt kompostieren wir erstmal ein bisschen. Beziehungsweise wir haben hier noch einen Baum, ne? Oder? Oder hatte ich den gerade eben weggehauen? Ich weiß es gerade nicht. Ne, siehste haben wir nämlich nicht. Aha. Da liegt nämlich auch noch ein bisschen ein bisschen was drauf. Können wir auch rein theoretisch. Ich meine, ich habe gesehen. Ja genau, ich habe Oak Saplings bekommen. Tatsächlich. Ah, das können wir auch noch ein bisschen. Hier können wir auch einfach noch da reinklatschen. Das tut nicht weh. Es gibt Sachen, ne, die tun mir jetzt weh und es gibt Dinge, die tun mir eher weniger weh. Das gehört dazu. Also das da einfach. Du gehst mir auf den Sack, ne? Das da einfach reinzupacken. Wir könnten auch unsere Cheeseburger da reinpacken, aber das ist es mir nicht wert. Genauso wenig wie es mir die Äpfel wert sind. Weil wir brauchen jetzt erstmal gefühlt drei Jahre, bis wir äh, vernünftig unsere Landwirtschaft betreiben, dort hinten an der Ecke. Was natürlich jetzt ein bisschen bitter ist. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen wie geht es nochmal? Einfach mal hier so ein bisschen ein paar Samen vielleicht bekommen. Nice. Ey, ihr habt da mal ein paar Samen für mich. Ich würde dann hier nämlich auch einfach schon mal die Erde rausholen, ne? bringt ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Genauso nehme ich hier jetzt auch wobei, die können wir eigentlich noch lassen. Falls irgendwas noch hier wächst oder so innerhalb dieser Zeit. Dann können wir da nämlich dann noch was mitnehmen. So an, äh, an Wertigkeit. an Samenwertigkeit. Also an Samen. An Samenwertigkeit. Okay, super. Ja, das ist ja... Ja, okay. Dann können wir hier auch wirklich... Dann können wir hier auch einfach drüber laufen, ne? Das ist super. Das ist eigentlich voll gut. Also einfach einfach drüber hüpfen. So. Okay. Ich wollte meinen Weg, wie gesagt, noch zu Ende bauen. Schnell. Warte mal. Wo ist denn der hier? Hier ist er. Hm. So. Ich, äh, bin irgendwie so ein bisschen dumm, ne? Manchmal. Also, eigentlich nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer, aber... Ach, guck mal. Da haben wir sogar noch 64 Blätter. Das müssen wir natürlich auch noch schnell, ne? Das müssen wir auch noch kurz zu, äh... zu Kompost verarbeiten. Ganze Scheiß hier. Ich habe auch schon gesehen, wie man, äh... Also, beziehungsweise, wo man auch noch extrem viel Kompost im Endeffekt draus machen kann. Also, zum einen hier aus Sugar Canes, weil die Dinge halt einfach schlicht und einfach schnell weg... Äh... Och, leck mich doch hier mit dem Wetter die ganze Zeit. Weil die Dinge halt schlicht und einfach schnell wachsen. Ähm... Also, die Sugar Canes, wie gesagt. Und, ähm... Bin ich irgendwie dumm? Ich bin irgendwie gerade dumm. Ich... Ich mach gerade irgendwie Blödsinn. Warte mal. Ich mach gerade irgendwie Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Ich mach mal gerade die Musik aus, weil, äh... Die hört man, wie gesagt, jetzt eh wieder nicht. So, machen wir das jetzt so. Aber ihr seht noch was, ne? Ja, ja, ja. Okay. Das ist ja wichtig. So, im Endeffekt... Im Endeffekt bauen wir jetzt hier einfach geradeaus erstmal durch. Ja. Dann kommen wir hier nämlich an und dann können wir nämlich auch nochmal geradeaus zurückbauen. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen solide. Alles super, alles Töfte. So. Klasse. Gut. Äh... Ja, und dann jetzt wieder Kies, ne? Kies, 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 Kies. Und Kies wieder zurück. Nice. Hat sogar hingehauen mit dem Kies. Hätte ich tatsächlich irgendwie nicht so ganz erwartet. Aber ist okay. Kann ich mit leben. Also beschweren, äh... Kann ich mich da jetzt eigentlich ja weniger, ne? So. Da haben wir nämlich noch Weed. Das nehmen wir auch noch mit. Hab ich gehört. Das können wir irgendwie ganz gut zusammen oder so verarbeiten. Äh... Die wir gleich vermutlich gebrauchen werden, um unser Feld langsam... Also ich hab halt wirklich mal... zu begatten oder zu bestellen. Ich hab jetzt mit Absicht begatten gesagt, tatsächlich. Aber es war irgendwie in meinem Kopf, war es in dem Moment lustiger, als es dann am Ende war, als ich es gesagt hab. So. Voll gut, dass es hier halt regnet. Hab ich gehört. Wie ist das eigentlich mit Türen? Waren die schon, dass man verschiedene Türen, verschiedene... Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Ziemlich traurig. Aber naja. So. Wir haben jetzt aber erstmal ein bisschen... Ja. Wir haben halt jetzt erstmal noch ein bisschen Boden dabei. Wäre die Möglichkeit, ein bisschen Boden hier zu verlegen. Das würde ich auch machen. Genauso wie ich auch noch kurz... So ein klein bisschen Wand hier einfach mal noch machen würde. Fenster, ähm... Machen wir später, im Endeffekt. Würde ich sagen... Kann halt gerade noch warten. So. Erstmal die... Die Grundstruktur des Hauses. Möchte ich stehen haben. Ich würde mal noch was nachschauen. Habe ich nicht hier, wenn dann. Wie läuft's hier? Alles super. Okay. Sieben haben wir erst. Alter, Vater. Das dauert aber ewig lang. Komm. Packen wir das auch noch da rein. Das sollte auch dann reichen eigentlich an... An Biomasse. Ich laufe mal gerade noch mal hinten zum Feld. Oh, habe ich was zu essen? Ja, habe ich noch. Okay. Nicht, dass ich hier gleich... Nicht mehr zurückkommen oder so. Ja. Ach, hier will ich hin. Ups. Äh... Können wir aber eigentlich auch kurz... Da mal einfach eine Lampe draufpacken. Genau. Und dann baue ich nämlich mal gerade noch eine... Ja, ich... Ja. Ihr werdet sehen, was ich mache. Ich habe sowieso noch eine andere Idee. Beziehungsweise was anderes, was ich machen will. Sollten wir auch machen. Also will ich machen. Aber das ist jetzt auch nicht so relevant. So. Okay. Erstmal... Bauen wir uns jetzt nämlich... Da hatte ich jetzt halt überlegt. Hätte ich mir jetzt so... Oh, die Schmerz. War so ausgedacht. Wir bauen jetzt hier mal erstmal so einmal rum. Ja. Weil dann haben wir das nämlich auch schlicht und einfach schon mal fertig. Ja. Ich bin jetzt noch ein, zwei Dinge am überlegen. Beispielsweise was wir hier an den Ecken machen. Ähm. Bin ich so ein bisschen... Ja, bin ich noch ein bisschen unentschlossen, ob wir da vielleicht auch einfach noch eine Steinreihe nach unten machen. Im Endeffekt eine Steinsäule oder halt eben einen Baumstamm hinpflanzen. Bin ich so ein bisschen, wie gesagt, unentschlossen. Werden wir sehen. Wow, das dauert natürlich auch überhaupt nicht lange, so wie ich das jetzt hier mache. Aber ich weiß nicht, ob es von unten effektiver wäre. Weil ich glaube, von unten verbaue ich mich dann alle zwei Sekunden. Oder fall irgendwo runter oder so. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ja. Ups. Siehst du, direkt verbaut. Aber ist okay. So. Und nochmal drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wohin geht's? Bis hier. So. Perfekt. Hier noch ein bisschen was drauf. Ja. Ups. Hier mal kurz hoch. So. Alles tutti frutti. Hat wunderbar funktioniert. Ich dachte eigentlich tatsächlich, dass ich ein bisschen zu wenig habe. Ähm. Aber. So kann man sich täuschen. Ne. So. Können wir uns kurz hier mal in den Türrahmen stellen. Wenn wir nicht die ganze Zeit nass werden. Äh. Apropos Türrahmen. Der sollte mal noch gefixt werden. So. Wunderbar. Kann ich einfach so sitzen. So. Das sieht doch schon mal relativ einladend aus. Ne. Dann machen wir hier noch. Erstmal das obligatorische Lichtlein dran. Dann könnte man auch vielleicht hier mit dem Zaun arbeiten direkt. Oh. Ist das ne... Warte mal. Sieht das aus? Wenn man das macht. Kann das was? Oh ne. Das ist ein bisschen zu tief. Moment. Moment. Ich mach mal gerade. Ich hüpfe. Ich hüpfe mal gerade hier. Ist ja blöde Schmetterling. Vor allem das kostet halt einfach voll viel. Achso. Achso. Man sollte den Zauner noch aufheben, bevor man versucht, ihn zu setzen. Ähm. Und wenn ich jetzt hier... Das geht nicht. Also ich könnte ihn da nur draufsetzen, ne? Ach, aber... Mhm. Achso. Aber rein theoretisch kann ich ja... Ups. Falsche Taster. Ah, hier Oakwood. Ne? Ne? Also der hängt natürlich dann jetzt nicht... Den setze ich dann natürlich doch anders hin. Ne? Ich weiß nicht. Irgendwie sieht es scheiße aus, aber ich hab... Ich hab was im Kopf. Sagen wir es so, wie es aussehen sollte. So sieht es aber leider Gottes nicht aus. Das probieren wir mal nochmal... Wann anders. Vielleicht auch bei einem etwas breiteren Weg. Nicht bei so einem schmalen oder halt nur auf einer Seite und alles. Also... Das schauen wir mal nochmal. Da gucken wir nochmal, dass wir das noch hinbekommen. Ja. Oder wir legen hier, wie gesagt, halt sowieso mal Cobblestone oder ähnliches. Wäre auch eine Sache, die man machen kann. Okay. Ich würde jetzt aber erstmal, wie gesagt, hier mal noch den Boden rauskloppen. Gott, das ist mit dem Regen schon so ein bisschen nervig, ne? Also dass das so lange dauert. Ich könnte ihn ja auch mal ein bisschen... Das geht doch, ne? Das kann man auch genau... Man kann... Weather kann man ja nochmal extra nochmal leiser machen. Dann mach ich das mal. Aber dann haben wir jetzt wenigstens nicht mehr dauerhaft dieses ekelhafte... Äh... Grausche hier. Anders kann man es ja nicht nennen, ne? Das war ja nur ein reines Rauschen, Rauschen und... Ja. Das haben wir jetzt zum Glück erstmal nicht mehr. Halleluja. Ja, schon mal ganz schön. So. Kloppen wir mal hier alles ein bisschen weg. Ich würde auch mal ganz kurz... Ja. Ich bin mal gerade so frech. Und guck mal kurz, was der Kompost macht. Oh, hallo Kompost. Ah, jetzt wird es nebelig oder was. Hallo Kompost. Was machst du denn? Du Funk... Äh, ich hab das so einen Witz. Hallo? Ich wollte kurz mal schnell einen Schluck trinken. Aber ich jetzt mittlerweile auch schon seit 53 Minuten durchrede. Sekunde. So, schnell mal einen halben Liter Apfelschorle wegge... Was machst du denn, Flasche? Einen halben Liter Apfelschorle kurz mal weggetrunken. Und alles wieder super. Jetzt, äh, bin ich wieder zur Höchstleistung in der... Äh, im Stande. Ich pack mir jetzt nämlich mal hier so ein bisschen... Schon mal den Kompost und... Den Gardensoil. Und geh mal schon mal... Äh, Bier holen. Ne? GmbH und so. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder... Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Ganz genau das bist du schon wieder. Fickende Leute in meinem Garten. Ähm, das wollte ich einfach mal so einspielen. Mal zwischendurch. So. Mal ein bisschen... Hamburger schnabulieren. Sind jetzt auch, wenn mich nicht alles täuscht, die letzten beiden. Ja? Die letzten beiden auf der gesamten Welt, weil McDonalds geschlossen hat. Das Geschäftsmodell ist nicht mehr aufgegangen. Oh, ein Mistelzweig. Darf ich den mitnehmen? Oh, geil. Geht das? Hihi. Super. Das war irgendwie so ein bisschen... Naja. Sieht jetzt nicht so aus, wie ich es eigentlich haben will, aber... Es reicht. Sagen wir es mal so. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn der Josh hier ist. Wenn der auch mal vielleicht irgendwann hier durch das Projekt wuselt. So. Äh, ja. Ich wollte gerade sagen, Garden-Zoil hatte ich gemacht, ne? Damit ersetze ich erst mal das hier. Weil dann... Haben wir es halt einfach schon mal ersetzt. Ja? Oh, guck mal. Ah, ne. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade schon, es wäre fertig. Ist es aber nicht. Ja. Super. Altes Garden-Zoil. Wunderbar. Aber meine ich das nur, da wächst es... Wächst es dezent langsamer? Aber wobei, das ist gerade mal... Das ist noch nicht mal so ein Tag drauf. Also, In-Game-Tag, ne? Also, eigentlich... Wenn, dann wächst es sogar eher schneller eigentlich. Naja. 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 Aber der Kompost braucht halt ewig lang. Ich bin doch gerade am überlegen, ob wir uns vielleicht so zwei, drei Dinger da hinstellen. Vielleicht mal, aber... Ja. 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 Vielleicht lassen wir es erst mal. Boden. Ich wollte meinen Boden machen. So. Aber es nimmt ja auch langsam... Nimmt es ja dann doch Gestalt an. Ob ich gerade sogar am überlegen bin, ob ich einfach mal meine Decke mache, weißt du? Nämlich dieses scheiß Regengeräusche überhaupt nicht mehr hören muss. Aber lohnt sich halt jetzt auch irgendwie nicht, ne? Wäre jetzt auch komisch. Hey, lass mal zuerst die Decke machen. Aber ist nicht auch theoretisch jeder Boden eine Decke? Denk mal drüber nach. So. Hm. Hey, ich hole mir mal kurz noch meine Sense. Da weiß ich sogar noch, wo die ist. Hup, 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 hup. Klasse. So. So, und wieder zurück. Das ist nicht meine Semse. Das ist nicht mein Batman-Glas auch vor allem. Fällt mir mal gerade so auf. Meine Mutter hat mich, glaube ich, heute früh reingelegt. Aber apropos, meine Mutter hat mich heute früh reingelegt. Ich muss noch was nachgucken. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Naja. Was passiert? Dort passiert, wenn man nicht aufpasst. Naja. Ist aber nicht so wichtig für euch. Für euch ist nur wichtig, dass es langsam aber sicher vorangeht hier. Wir bauen langsam aber sicher uns ein kleines Häuschen auf. Würde ich tatsächlich mal behaupten, das ist doch relativ schön. Ich finde das sowieso bei Minecraft immer sehr schön, wenn man so langsam aber sicher diesen, diesen Progress halt einfach merkt, ne. Also so, ja, halt wirklich einfach merkt, es geht voran. Ähm. Und eben nicht so, so auf der Stelle tritt oder so. Weil das, das mag ich überhaupt nicht. Also wenn man sich im Endeffekt nur noch im Kreis oder nur im, nur im Kreis gedreht hat. Für zwei, drei Folgen oder so. Also das finde ich immer, also als, als Produzent, sag ich mal, immer nervig. Weil ich dann auch das Gefühl habe, dass man einfach nicht, nicht unterhaltsam ist. Wo ich muss jetzt auch gerade sagen, sonst habe ich, äh, mache ich ja ganz gerne, rede ich auch über Themen. Mir fällt aber gerade schlicht und einfach keins ein, was man irgendwie mal ansprechen könnte. Zumindest jetzt keins, worüber ich jetzt gerade reden will. Weil es gibt genug Themen, über die man reden kann. Aber die Frage ist halt dann auch, möchte ich darüber reden? Beziehungsweise möchte man darüber reden? Oder denkt man sich halt einfach so, ja, kannst du eh nix machen, ne. So. Na. Gibt halt einfach Themen. Da denke ich mir halt, gut, ist halt jetzt so, ne. Machst jetzt halt nix. Mal. Mal.